Ich schicke es dir jetzt raus, du kriegst auch 500, wenn du mich abholst. Brauchst du nicht, machst du einen, dann ist gut. Du dich doch auch so. Brauchst. Oh komm, 500. Okay, Waffenregale hat sie, Therapie, Bett. Ja, die hat eigentlich, ja bis auf Klo hat sie nicht. Doch, hat sie auch. Ja? Ja, hat sie auch. Ein Bett, Toilette. Ne, da habe ich später mal vor mit den Dingen mich ins Weltall zu legen und mal ein bisschen Horchposten zu machen. Und wieder zum Spawning. Einfach mal weg von einem. Und vielleicht die Daten gut verkaufen zu können. Vielleicht entdecke ich ja meinen Jobpoint. Ja. 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 groß wie Master, der ist auch noch 118.000 km weg Pyria war auch so ein Eisding geht zumindest aus so schön so schön so schön sehr lautes Seelen Rescue Mission Personnel Transport 1.500 km ey, schieß nicht auf mich ne, ich schieß ja nicht vorbei warte, ich schieße zurück hier halt an oh, die luken auf mir recht glücklich was ist denn was ist denn noch mal schauen komm ab du aufmachen kannst wahrscheinlich nicht open door geht da ist dein Sitz oh, aufer staut sich oh, 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 oh bei eingebrochen volles ... oh, oh, fuh ey, was machst du denn? machst du die luche zu? ne, ich guck in der außenansicht Ich gucke, was du noch veranstaltest. Ich komme nicht rein. Du bist noch im EVA. Du läufst noch nicht. Ja, jetzt bin ich drin. Voll auf die Fresse. Alles klar. Abfahrt. Danke, Leo. Kein Problem. Setz dich hin, bitte. Anschnallen. Warte mal. Mal sehen, kann ich mich hinsetzen? Ich weiß nicht, dass du eine... Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte.